Herzlich willkommen. Ich werde heute berichten über den Betrieb von Unternehmensdesktops auf Ubuntu-Basis. Ich selbst bin von der Firma Univention. Wir sitzen in Bremen. Mein Name ist Jan-Christoph Ebersbach. Ich bin dort seit jetzt vier Jahren beschäftigt. In der Entwicklung habe ich angefangen und bin jetzt seit drei Jahren im Consulting tätig. Genau, hier einmal eine Konzentriertsitzung. Einmal werde ich Univention vorstellen. Wir sind Diox Distributor, speziell für Unternehmen ausgerichtet. Da hier viele eben Univention nicht kennen, werde ich da auch nochmal eine Einführung geben, was eigentlich unsere Distribution genau macht. Und warum sind wir hier auf der UU-Con? Das ist ja eine gute Frage. Wir haben eine quasi konkurrierende Distribution. Wir haben auch ein Client-Betriebssystem bei uns und das läuft auf Ubuntu-Basis. Dazu gleich etwas mehr. Wir sind einer der führenden Hersteller im Bereich Infrastrukturprodukte. Das heißt, alles, was die Unternehmens-IT betrifft, das ist unser Kern. Das Kernprodukt, was wir da haben, ist unser Univention Corporate Server. Das heißt, eine Server-Linux-Distribution. Man muss sich das eigentlich so vorstellen wie Linux mit Active Directory-Funktionalität. Wir sind meistens der einzige Hersteller tatsächlich von so einem Identity-Infrastruktur-System. Also hier zumindest in Europa. Ich weiß, dass es in den USA noch mit CleanOS, glaube ich, auch einen Hersteller gibt, der sich damit beschäftigt. Aber so im großen Stil, auch mit verteilten Servern, ist das hauptsächlich unser Gebiet. Wir haben ein großes Partner-Netzwerk. Das ist auch unser Ziel, dass wir nicht alle Aufgaben quasi selber erledigen. Das würden wir auch gar nicht schaffen. Das heißt, wir setzen sehr stark auf Partner. Davon haben wir 140 momentan und 11 Premium-Partner. Da erwarten wir dann eben auch, dass diese Partner Schulungen besuchen und sich entsprechend gut mit unseren Produkten auskennen. Wir haben 800 Lizenznehmer im deutschsprachigen Raum. Das heißt, Deutschland, Österreich und die Schweiz. Auch schon einige internationale Kunden. Wir konzentrieren uns bei der Entwicklung von unserem System auf das, was unsere Kunden wollen. Das heißt, wir kriegen von denen Anforderungen und lassen das bei uns einfließen und entwickeln so unsere Software weiter. Wir sind noch ein recht kleines Unternehmen, obwohl nicht ganz jung. Also wir sind schon seit gut zehn Jahren jetzt am Markt. Bisher 40 Mitarbeiter, stetig am Wachsen. Besonders ist, dass wir alles Open Source freigeben. Das heißt, egal was Sie von uns sehen werden, das ist Open Source. Bis natürlich auch das Flash-Plugin für den Desktop. Das heißt, diese Lizenznehmer sind, die mit Ihnen Support-Verträge haben über den Betrieb. Also es geht nicht um die Software-Lizenzen, sondern um die Betriebsunterstützung. Genau. Also wir verkaufen Maintenance-Lizenzen. Das heißt, die Kunden zahlen jährlich einen Betrag, wo sie einmal ihr System mit betreiben dürfen. Das heißt, wir haben da auch eine gewisse Lizenzierung nach Rechner-Accounts, die verwaltet werden. Und natürlich stellen wir dafür dann auch Support auf der einen Seite zur Verfügung. Und auf der anderen Seite gibt es Security-Updates und das, was eben Unternehmen brauchen für ihre Software. Sie können uns anrufen und erhalten dann auch Unterstützung. Das heißt, nicht dienstleistungsbasiert abgerechnet, sondern einfach allgemein für die Wartung sozusagen pro User. Und wenn alles funktioniert und wir nichts machen müssen, ist es umso besser, aber dann Partieinnahmen, weil wir das machen müssen. Ja, ganz genau. Wir kümmern uns dann eben um die Weiterentwicklung. Wir haben eben auch einen Dienstleistungsbereich, da bin ich tätig. Da geht es eben darum, die Software einzuführen normalerweise bei Kunden oder die Software anzupassen an bestimmte Kundenbedürfnisse, die sich ergeben haben. Damit beschäftige ich mich. Das wird dann natürlich komplett unabhängig jetzt von irgendwelchen Lizenzen abgerechnet. Wenn wir nur darüber gehen würden, hätten wir natürlich das Problem, dass wir davon möglichst viel wollen. Und die Entwicklung vielleicht hinten ansteht. Bei uns steht die Entwicklung aber im Zentrum. Und entsprechend brauchen wir da auch quasi ein geregeltes Einkommen, damit wir das leisten können. Ja, weitere Informationen auf unserer Webseite univention.de. Unser Corporate Server ist wie gesagt das Kernprodukt. Wir haben hier eine skalierbare Plattform. Das heißt, wir setzen nicht nur auf einen einzigen Server, der in einem Unternehmen betrieben wird, sondern auf beliebig viele Server. Und da geht es um IT-Infrastruktur. Das heißt, die ganzen klassischen Themen von Netzwerkinfrastruktur über Benutzerverwaltung, Gruppenverwaltung, Rechnerverwaltung, Systemmonitoring, all das ist bei uns abgedeckt. Wir haben ein Interface, über das das bedient werden kann. Das läuft im Webbrowser. Das heißt, egal welches Betriebssystem ich verwende, funktioniert das Ganze. Das haben wir zur Version 3, die jetzt vor einem Jahr freigegeben wurde, stark überarbeitet. So, dass man da auch aktuellste Technologien wiederfindet und uns entsprechend ansprechend reagiert. Und wir bieten mit UCS3 Active Directory Funktionalität an. Sie haben es vielleicht gehört, vor einem Jahr ist Samba 4 als größeres Thema aufgepoppt. Das haben wir entsprechend auch vor einem Jahr mit Support bei uns integriert in die Linux-Distribution. Damals noch Alpha-Status bei Samba 4. Trotzdem haben wir gesagt, es ist wichtig, dass Unternehmen Active Directory Funktionalität bekommen und haben entsprechend da auch die Samba-Entwicklung mit unterstützt und finanziert, dass wir da überhaupt jetzt so weit sind, dass es Samba 4 für den Unternehmenseinsatz gibt. Wir haben außerdem Virtualisierung bei uns integriert. Das ist ja auch ein Kernthema, was in allen Unternehmen irgendwie benötigt wird. Die Server sind sehr leistungsfähig. Man möchte aber nicht alle Dienste auf einem Server unterbringen. Also nutzt man die Hardware effektiver, indem man mehrere virtuelle Maschinen darauf betreibt und dann auch bessere Ausfallsicherheit gewährleisten kann. Das haben wir direkt bei uns ins Produkt integriert. Um diese Funktion nutzen zu können, sind keine Mehrkosten erforderlich. Also sie besorgen sich quasi das Grundsystem und dann können sie all diese Funktionen nutzen. Was wird für die Virtualisierung benutzt KVM? KVM und Xen unterstützen wir beides. Vielleicht gleichzeitig? Auch gleichzeitig, aber nicht auf einem Server. Ja. 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 Unsere Distribution baut auf Debian Linux 6 auf aktuell. Und wir haben quasi die komplette Distribution geforkt. Das war in den vorherigen Versionen unseres Corporate Servers nicht so. Da haben wir einzelne Pakete rausgenommen, die wir gebaut haben. Jetzt zu UCS 3.0 ist es so. Wir haben komplett Debian genommen, bis auf den Spielebereich, weil er ab 18 ist. Hier zumindest in Deutschland. Und haben das neu gebaut. Vorteil ist, wir haben eben einen bestimmten Bereich von Paketen, wo wir sagen, das ist maintained. Wenn Sie da ein Problem haben, rufen Sie uns an. Dafür geben wir auch Security-Updates raus. Und wir haben einen anderen Bereich von Paketen, wo wir sagen, das ist jetzt nicht das, was standardmäßig bei uns in der Distribution verwendet wird. Das ist unmaintained. Dafür gibt es zwar auch Security-Updates in gewissen Abständen, aber nicht aktives Monitoring an der Stelle. Aber Sie können einfach die Pakete installieren. Das heißt, Sie sagen zum Beispiel, naja, Emacs ist bei uns auch drin. Ich bin ein BI-User. Sonst hätte ich jetzt gesagt, als Beispiel, wenn Emacs im unmaintained-Bereich wäre, Sie möchten gerne den Emacs verwenden, dann können Sie den einfach nachinstallieren, ohne jetzt durch die Debian-Paket-Mechanismen durchführen zu müssen. Aber normale Debian-Pakete kann man halt auch einfach installieren. Nur, ihr habt halt zusätzlich eure Pakete erstmal selber gebaut, wo ihr sagt, da gehen wir sofort. Und wenn jetzt einer kommt und sagt, hier, dieses Programm brauche ich, Sie installieren das Debian-Paket und dann gibt es ein Problem, dann sagt ihr, euer Ding. Ja, genau, euer Ding. Also man muss da eben auch aufpassen. Wir haben eben auch Kunden gehabt, die dann einfach vor UCS 3 gesagt haben, ich habe aber dieses Paket aus Debian, das möchte ich jetzt bei mir installieren und ich nehme das Binär-Paket. Dann gibt es natürlich viele Probleme, weil dann stimmt die Libc nicht und andere Abhängigkeiten sind kaputt. Oder in jedem Fall sollte man es aus den Sourcen kontrollieren für UCS, dann hat man die Sicherheit, dass es funktioniert. Also das heißt auch, wenn ich zusätzliche Dinglein oder Punkt-O-Paket-Bau ist, dann werden wir auch schlafen. Ja, das ist ganz gefährlich. Wiederschuldung, die Sie bei uns machen, lernen Sie das. Aber das Problem gibt es eben mit UCS 3 quasi nicht mehr, da das komplette Debian-Paket-Paket-Bau ist drin. Der Corporate Server bei uns ist nicht nur für uns interessant, sondern auch für unsere Partnerunternehmen, die selbst Softwarehersteller sind. Wir haben als Ziel wirklich eine Plattform zu schaffen, auf der man einfach integrieren kann. Was heißt das genau? Hier einmal einige Kernfunktionen unserer Distribution dargestellt. Wir haben ganz viele Standarddienste, die wir bei uns verwenden. Das ist klar. Als Kern ist dabei Open-LDAP zu nennen. Das ist ein Verzeichnisdienst, wo wir alle Informationen ablegen, die eine sogenannte UCS-Domäne betreffen. Das heißt, wir bilden einen Vertrauenskontext über mehrere Rechner hinweg. Die kennen sich, so wie man das aus der Windows-Welt her kennt. Man macht einen Domänenbeitritt und erhält dann Zugänge zu bestimmten Diensten, die in der Domäne verfügbar sind. Und der Kern des Ganzen ist der Verzeichnisdienst. Da sind alle Informationen gespeichert. Das heißt, alle Benutzerkonten, alle Gruppeninformationen, alle Rechner, die es in der Domäne gibt, sind in diesem Verzeichnisdienst gespeichert. Und jeder Rechner, der Teil dieser Domäne ist, kann das auslesen und hat Informationen darüber. Was ist, wenn der wegbricht? Gibt es da so quasi mehrere, die das dann übernehmen können? Ja, ganz genau. Also das kann man wunderbar aufteilen auf mehrere Systeme. Das ist der Kern. Und dann setzen wir auch viele weitere Komponenten. Also hier sind jetzt einige namenhafte Dinge genannt. Das Besondere von UCS ist, das sind alles große Namen und wir sorgen dafür, dass das integriert wird. Also wir haben Open LDAP. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen damit schon gearbeitet haben. Verzeichnisdienst ist nicht etwas, wo man einfach so nach der Ausbildung hingeht und sagt, jetzt fange ich mal an mit Verzeichnisdienst. Das ist eben komplex. Das ist schwierig zu bedienen. Man hat auch nicht unbedingt die Frontends, wo man sagt, da kann man schön grafisch klicken. Ich lege da mal einen Benutzer an und dann geht das alles. So wie man das vielleicht unter Windows kennt. Aber auch bei Windows gibt es ja entsprechende Prüfungen, wie die MCSE-Prüfung, wo man einfach vorbereitendes Wissen braucht, um überhaupt richtig damit umzugehen. Wir bieten auch Schulungen für unseren Server an. Aber das Besondere ist, wir haben all diese Komponenten integriert. Das heißt, Sie als Administratoren brauchen sich darum nicht mehr kümmern. Sie installieren unseren Corporate-Server und erhalten dann integriert Kerberos, Samba, Eldab, Nagios, Kavs, KVM, Xen. Das ist alles integriert und funktioniert zusammen. Sie kümmern sich dann darum, dass die Einstellungen getroffen werden, die für Ihr Unternehmen wichtig sind. Hier das Domänenkonzept. Eben gerade kam ja die Frage, wie kann ich jetzt bestimmte Informationen verteilen. Der Verzeichnisdienst ist so ein Kernelement. Das muss natürlich auf mehreren Systemen vorhanden sein. Ich zeige das einmal hier direkt an. Wir haben hier unser Master-System. Und wir haben hier weitere Systeme mit diesem grünen UCS-Symbol markiert, die ebenfalls UCS-Server sind. Zwischen diesen Servern, wir sehen hier einmal ein Backup, das ist tatsächlich eine komplette Kopie des Master-Systems und kann jederzeit aktiviert werden. Wenn der Master mal physikalisch ausfällt, ist das kein Problem. Man kann dann den Backup zu einem neuen Master machen. Sie haben hier weitere Slave-Systeme. Auf diesen ist ebenfalls das komplette LDAP vorhanden und die agieren als Read-Only-Kopie. Also zum Beispiel, um eine Benutzer-Authentifizierung zu machen, reicht es, wenn ich eine Read-Only-Kopie habe, weil ich nichts Schreibende in den Verzeichnissen tun muss. Es werden heterogene Umgebungen unterstützt. Hier mit Windows-Server, der ebenfalls einfach Teil der Domäne wird. Er merkt auch gar nicht, dass er sich in einer nicht-Microsoft-Domäne befindet. Nichts besser ist das. Ja. Man kommt ja nicht immer drum herum, einen Windows-Server zu haben. Also das wird bei uns unterstützt. Wir haben hier auch eine selektive Replikation, beziehungsweise wir haben überhaupt eine Replikation zwischen den Systemen. Wer sich mit den Verzeichnisdiensten beschäftigt hat, stellt fest, dass wenn der eine Verzeichnisdienst ausfällt, dann ist Schicht, dann geht es nicht weiter, wenn man nur einen hat. Also möchte man den irgendwie auch vielen Systemen haben. Und um das zu ermöglichen, haben wir eben LDAP-Replikationen eingebaut, die out of the box funktioniert. Das heißt, sie joinen ein System in die Domäne und dann erhält er auch automatisch alle Informationen aus dem Leder. Ebenfalls Schema-Replikationen. Wer sich mal mit Schema-Erweiterungen beschäftigt hat, wird das auch zu schätzen, dass wenn das nichts sagt, der kann einfach UCS verwenden. Brauchen Sie sich damit auch nicht beschäftigen. Da hinten eine Frage. Ja. Haben wir eine einzelne Funktion, Navios stand zum Beispiel auch mit drauf. Ja. Möchte ich halt nicht, dass der Server das mitmacht, weil das eine große Aufgabe im größeren Netz ist. Ja. Also kann man die Server auch dedizieren. Ja. Dass man sagt, das ist mein UCS-Server für Navios. Ja, genau. Also welche Dienste Sie jetzt hier drauf laufen lassen, das bleibt Ihnen überlassen. Wir haben einen Software-Installations-Dialog, wo Sie einfach auswählen können, ich möchte folgenden Dienst installieren und auf welchem dieser System Sie das machen, ist normalerweise egal. Bei manchen Diensten gibt es da gewisse Einschränkungen, also zum Beispiel Samba 4, vorhin angesprochen, Active Directory, das können Sie nicht auf einem Slave-System einfach so betreiben, weil Sie schreiben den Zugriff auf den Verzeichnisdienst, brauchen der dann hier auf Master oder Backup laufen muss, zwangsweise. Aber das sind recht wenige Dienste, da können Sie eben eine komplette Verteilung einfach erreichen, wenn Sie das woanders installieren. Und vorhandene Navios-Systeme, die hat einfach auch Demux aufgesetzt, Navios und Lauf sind genauso integriert. Ist das nicht zwingend notwendig, dass das Navios dann auf den UCS-Server läuft? Jein. Also, wenn Sie einen separaten Navios-Dienst haben, dann ist das bei uns tatsächlich nicht so einfach, den jetzt als Hauptdienst zu verwenden. Sie können sagen, wir verwenden den UCS-Nagios-Dienst überhaupt nicht und pflegen alles über unseren separaten Navios, also das ist kein Problem. Aber zu sagen, wir speisen unseren Navios aus dem Verzeichnisdienst. Ihr Navios kommt aber aus der Konfigurationsdatei. Und dann gibt es da so gewisse Dinge, die nicht funktionieren zusammen. Ja, hier nochmal so ein Schaubild, wie das eigentlich, wie UCS zu verstehen ist. Wir haben hier das Grundsystem, Benutzernverwaltung, Gruppenverwaltung, Rechnerverwaltung, Netzwerkverwaltung, Drucker, alles integriert. Hier auf einem UCS-System oder auf vier UCS-Systemen. Und dann drumherum haben Sie die ganzen Spezialdienste, die Ihre Firma auch benötigt, wie zum Beispiel ein Backup-System, Dokumentenmanagement, Groupware. Dafür haben wir hier überall schon Stellen. Jede Groupware braucht Benutzer. Da arbeiten wir mit den Groupware-Herstellern zusammen. Eigentlich alle namenhaften, Colab, Open Exchange, Zarafa, die hier so im europäischen Raum vertreten sind, die können sich bei uns einfach eindocken und sagen, wir verwenden einfach alle Informationen, die bei euch eh schon im Verzeichnisdienst liegen und binden uns dann zum Beispiel auch in die Management-Oberfläche mit. Wie schaut das Dokumentenmanagement aus? Was könnt ihr da abbinden? Also wir haben integriert O3-Spaces und Agorom. Wie funktioniert das Management-System? Wir haben einmal die Webschnittstelle, darüber habe ich kurz gesprochen. Die läuft unter dem Namen Univention Directory Manager und schreibt in den Verzeichnisdienstsignal. Dann gibt es einen Mechanismus, den sogenannten Univention-Listener-Notifier-Mechanismus, der auf Änderungen reagiert und diese Informationen, die jetzt sich geändert haben im Verzeichnisdienst, auf die jeweiligen Systeme überschreibt. Also zum Beispiel nehmen wir hier die Dateifreigabe. Ich lege eine Dateifreigabe im Management-System auf einem entfernten Server ein. Dann sorgt dieser Mechanismus dafür, dass tatsächlich eine Dateifreigabe auf dem entfernten Server angelegt wird, ohne dass man sich erstmal dort hin verbinden muss und das alles anrichtet ist. Und wie ist es bei den angebundenen Systemen? Hat das da quasi Plugins oder was gibt, dass die auf den Verzeichnisdienst zugreifen oder repliziert sich die User, die dann sozusagen bei SugarCRM oder schlag mich durch, explodiert sich die User dort rein oder greift die Systeme auf eures zu? Das kommt immer ganz auf das System an, was man da integriert. Manche können direkt bei uns drauf zugreifen, bei anderen nicht. Da müssen wir dann quasi Hand anlegen. Aber auch dafür ist dieser Mechanismus da. Neben der Webschnittstelle haben wir auch eine Kommandozahlen-Schnittstelle. Warum, mögen sich viele fragen. Unser Chef hat darauf bestanden seit Beginn. Es ist so, dass die Kommandozahlen-Schnittstelle viele Vorteile bietet. Nämlich, man kann sie sehr einfach skripten und man kann einfach sagen, ich möchte 10.000 Drucker anlegen. Das über die Webschnittstelle zu machen, ist anstrengend. Über die Kommandozeile ein kleines Skript, was das tut. Und genau dafür verwenden wir sie auch heute. Sie kommt unten drunter zum Einsatz und kann eben auch von Ihnen als Administratoren verwendet werden. Über die Kommandozahlen-Schnittstelle kann man sozusagen alle Server gleichzeitig bearbeiten oder einen einzelnen? Wie ist das gelöst? Ist es möglich, alle anzuadressieren? Sagen wir alle Drucker-Server bitte dieses machen, diese Konfiguration einspielen oder muss dann jeder einzelne Server sagen? Es kommt immer so ein bisschen darauf an. Also sagen wir mal, Sie legen einen Benutzer an. Dann legen Sie diesen Benutzer einen Verzeichnisdienst an und alle Systeme, die auf den Verzeichnisdienst zugreifen, haben diesen Benutzer automatisch. Sie legen eine Dateifreigabe an oder einen Drucker an. Da ist es normalerweise nur ein Server oder vielleicht eine gewisse Anzahl von Servern, wo Sie diese Ressource anlegen wollen. Und dann arbeiten Sie natürlich nur auf diesem System. Aber Sie arbeiten eigentlich immer zum Verzeichnisdienst hin und der Verzeichnisdienst wiederum arbeitet dann auf dem jeweiligen System. So, hier wollte ich einmal kurz raus und Ihnen das grafisch zeigen. Also hier auf der linken Seite sehen Sie unseren Corporate-Server jetzt mit einer KDM-Login-Manager, glaube ich. Mit grafischer Oberfläche ist nicht unbedingt üblich, dass man jetzt hier auf dem Server eine grafische Oberfläche fährt. Ich habe das jetzt hier einfach mal eingerichtet. Hier rechts sehen Sie einmal Windows 7. Das ist direkt reingejoint. Sie wissen vielleicht, wenn Sie eine Samba 3 einsetzen, dass wenn Sie Windows 7 joinen wollen, müssen Sie bestimmte Registry-Keys setzen, damit das überhaupt geht. ist nichts gemacht worden. Also wir haben hier tatsächlich eine Active Directory-Domäne. Das Windows 7 ist da direkt drin. Können wir uns gleich nochmal im Detail angucken. Ist es das Samba 4? Ja. Ja. Was ich Ihnen jetzt zeigen will, unsere grafische Oberfläche. Wir haben hier das Einstiegsbild auf dem Master, das heißt das Hauptsystem, in einer UCS-Domäne. Wir haben dort oben links die Unimension Management Konsole. Das ist tatsächlich die Schnittstelle, über die alles läuft. Darunter haben wir weitere Dienste, die angeboten werden auf dem System. Hier ist jetzt nur Nagios installiert. Und dann noch ein paar Links zu weiteren Informationen. Hier sehen Sie zum Beispiel auch Zertifikate. Also wir setzen auch auf eine Zertifikatsinfrastruktur bei uns, die automatisch aufgebaut wird, sodass die Kommunikation zwischen den Systemen auch gesichert werden kann. Ich logge mich hier ein. Und bin jetzt hier auf dem System drauf. Fangen wir einfach mal von oben an. Hier oben haben wir so eine Favoritenliste, die blende ich erstmal aus. Was für die Administration spannend ist, ist der Bereich Domäne. Da geht es wirklich darum, Dinge zu tun, die alle Systeme betreffen. Das heißt, Benutzer anlegen, Gruppen anlegen, Rechner anlegen. Dann haben wir noch einen weiteren Bereich hier unten. Der heißt System. Das heißt, es ist lokal auf dem System. Dort kann ich mir zum Beispiel ansehen, die Statistiken, wie die Load ist. Und verschiedene andere Dinge. Wird automatisch mitgeschrieben. Das heißt, auch nach einem Problem auf dem Server kann ich das direkt nachvollziehen. oder wenn die User sich beschweren, dass es langsam läuft, kann ich hier einfach direkt drauf gehen und gucken, wie das aussieht. Hier über die Basiseinstellungen ist es möglich, Software zu installieren. Bestimmte weitere Einstellungen hier zu setzen. Ich will jetzt aber hier dorthin. Bereich Software. Da sehen Sie einige Komponenten, die wir vorgegeben haben. Das ist unsere Desktop-Umgebung. Samba 4. Aus Kompatibilitätsgründen können Sie auch noch Samba 3 installieren. Wir haben einen Active Directory Connector. Das heißt, Sie können sich auch direkt mit einem AD verbinden. Und verschiedene andere Dienste, die wir benötigen. Hier zum Beispiel Horde können Sie auch installieren. Das war ja gerade im vorherigen Vortrag. Da bieten wir auch den Mail-Stack direkt mit unserem System, den Sie verwenden können. Und Outlook wird dann über IMAP angekunden? Ja. Wie schaut es mit dem Kalender dann aus? Der Kalender ist direkt in Horde drin, aber eben nicht exportierbar irgendwo hin. Aber ist, kann das, ich habe Horde schon mal verwendet vor Jahren, aber ich weiß nicht, kann das Outlook mit dem Horde-Kalender auch drin? Nein, also der Horde-Kalender ist lokal. Das Outlook bietet da keine Synchronisationsmöglichkeiten. Aber es gibt eben da andere Gruppwahllösungen, die das dann durchaus können. Das ist bei uns jetzt noch nicht drin. Wie macht Sie das dann bei den Kunden, die eben das als Server haben und dann aber auch Windows-Glinds haben? Die setzen eine richtige Gruppe rein. Also die sagen dann, wir wollen ein System haben, was tatsächlich Shared-Kalender kann, was mit meinem iPhone reden kann. Da kommt dann was ganz anderes. Also die verwenden dann auch ein Windows-Klarer Outlook? Die verwenden Outlook in Windows, aber nicht unseren Mail-Stack. Das ist unser Mail-Stack, der ist ziemlich flach. Die verwenden dann halt vielleicht einen separaten Exchange-Server oder was auch immer. Oder Zarafa oder Open Exchange, ja. Genau. So, ich will hier einmal einen neuen Benutzer anlegen und eine Dateifreigabe anlegen, dass Sie hier einen Eindruck bekommen. Hier sind die Benutzer, die bisher existieren. Ich lege hier einmal einen Benutzer an. So. Ich gebe hier ein Passwort und kann hier noch bestimmte weitere Einstellungen machen, muss ich aber nicht. Ich lege den Benutzer an und möchte jetzt im zweiten Schritt eine Dateifreigabe erzeugen auf meinem Server. Ich habe hier schon mal eine angelegt. Ich lege noch eine an. Und zwar, das ist der Container, wo ich sie anlegen will. Also auch hier ein bisschen Verzeichnisdienst-Integration, die man durchscheinen sieht. Und... Ja, genau. Ich kann hier den Server auswählen. In meiner Domäne gibt es bisher nur einen Server. Ich kann hier dann den Benutzer auswählen. Hier ist auch gleich das Benutzerkonto, kann hier noch den Pfad angeben und hier die Berechtigung festlegen. Das Ganze wird automatisch, wo ist es hier, als Samba-Dateifreigabe und als NFS-Freigabe angelegt. Und ich kann dann hier über diese Reiter noch weitere Optionen setzen. Das Ganze interessiert mich nicht. Ich will ja nur diese eine Dateifreigabe haben auf die Benutzerin zugreifen darf. Die ist angelegt. Und jetzt müsste ich hier eigentlich schon drauf zugreifen können. Das heißt, ich melde mich hier einmal an. Ich anmelde an Windows 7. Das Ganze zeige ich auch gleich nochmal unter Ubuntu. So, ich bin hier eingeloggt. Habe automatisch in den Server gespeichertes Profil. Das heißt, egal auf welchem Windows ich mich anmelde, meine Einstellungen werden mit transportiert. Ich kann hier jetzt reingehen und gehe einmal auf Netzwerk. Da müsste ich ja den Server finden. Na gut, was der geht. Wenn man einen neuen Ordner erstellen würde, der würde dann, wenn man sich in Windows anmeldet, auch da sein. Also es ist unversichtlich sozusagen einfach... Ja, ganz genau. Also unser Server heißt ja master-uni-menschen-plan und da gehen wir einmal rauf. Jetzt sollte hier die Dateifreigabe sein. Da kann ich rein und kann mir hier ein neues Textdokument erzeugen. Etwas hineinschreiben und habe damit meinen ersten Rundlauf zu UCS fertig gemacht. Aber jetzt der Desktop, das wird dort auf dem Desktop gespeichert, ist das dann auch in dem Home oder ist das woanders? Das ist woanders. Also das hier ist jetzt... Gut, ich habe die Dateifreigabe jetzt etwas anders benannt. Also ich habe auch eine Dateifreigabe selber auf dem Server. Da kann ich dann direkt Dateien rein speichern, die jetzt nicht auf dem Desktop liegen, weil alles auf dem Desktop wird auch lokal auf dem Windows-Rechner runtergesynkt. Das ist gefährlich. Wenn ich da meine DVDs ablege, dann brauche ich zwei Stunden zur Benutzeranmeldung, weil er erstmal das Netzwerk dicht macht und die DVD zieht, weil sie auf dem Desktop liegt. Und das gleiche bei der Abmeldung, dann schiebt er sie wieder zurück. Also da gibt es eben auch ein richtiges lokales Heimatverzeichnis, auf das ich dann zugreifen kann. Also das wird aber auch bei dem Server gespeichert das Profil im Prinzip. Ja. 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 Also wir können einmal... Der Trick ist der Trick nicht einfach, dass man, egal wo man sich anwendet, einfach seine Daten immer dazu gebrannt und dass ich die hochsünden muss. Ich arbeite halt generell darauf. Das speichert halt länger, wenn ich es mache, aber dann ist sie auf dem Server. Nur wenn ich die jetzt öffnen will, die Datei, dann wird sie geholt. Also ich meine, so kenne ich das jetzt. Ja, genau. Also ist das hier auch. Ja. Also das ist hier tatsächlich auch so. Es ist jetzt nur so, ich habe eine separate Dateifreigabe angelegt. Es wird automatisch eine Dateifreigabe angelegt, wo das User-Home drin ist. Also Benutzeranwendung schon mitgemacht worden. Ja, ganz genau. Also wir können uns das hier auch einmal ansehen. Ich kann auch den Ordner auf dem Desktop erzeugen und dann mal gucken, was passiert, was ich da drin sehen kann. Naja, gut. Der Ordner auf dem Desktop, der liegt dann im Profil. Aber ich zeige Ihnen das einmal, wie das hier aussieht. Genau, das wollen wir ja. So. Das ist... Ich nehme eine Konsole. Da kann ich hier auch nochmal die Ansicht ein bisschen ändern. So. Das heißt, ich verbinde mich jetzt einmal mit dem Server. und gehe nach Home. Hier ist ja zu erwarten, dass dort ein User-Home ist und da ist es auch. Ja. Und wenn ich dorthin eingehe, dann gibt es hier Windows-Profiles und Downloads, also das Standardmäßige. Und zusätzlich hatte ich ja die Dateifreigabe angelegt, die ist hier. Die ist komplett separat da, wo ich sie auch angelegt habe. Dann mache ich weiter mit dem, weswegen ich eigentlich hier bin. Und zwar liefern wir schon seit einiger Zeit einen Desktop mit, mit unserem UCS, dem sogenannten Univention Corporate Desktop, das ist das eine Produkt, und dem Univention Thin Client Services, TCS kurz, als spezielles Produkt für Thin Clients. Das sind bisher zwei separate Produkte, die basieren auf unserem Debian Stable, Ich weiß nicht, ob Sie Debian Stable mal auf dem Desktop eingesetzt haben, wie viel Spaß das ist. Also ich sage erstmal gar nichts zum Thema Softwareaktualität, das ist eine Sache, damit kommen die Unternehmen vielleicht noch klar, aber ein größeres Problem ist Hardwareerkennung. Gerade im Bereich Grafikkartenunterstützung, wenn man dann ein bisschen Clients hat, die an zwei Monitore angeschlossen sind, da funktioniert vielleicht nicht alles. Und mit diesem Desktop haben wir eben auch einfach das Problem, wenn wir Grafikkartentreiber versuchen würden, zurück zu portieren, dann hätten wir sofort verschiedenste Dinge, die wir ebenfalls mit zurückportieren müssen. Das heißt, XORG, UDEF, da hängt so viel dran, dass wir das zum Teil gar nicht mehr machen können, weil es nicht mit vertretbarem Aufwand pflegbar ist. Immer im Hinterkopf behalten, wir geben Support für unsere Produkte. Das heißt, wenn was nicht geht, können Sie bei uns anrufen und auch Sicherheitsupdates kriegen Sie von uns. Das heißt, irgendwann stellt sich das für uns nicht mehr richtig dar, dass wir das produktiv betreiben können. Was aber diese Desktops können, und das ist ja eins der großen Funktionen, die wir bieten, sie sind managebar. Das ist anders als ein Ubuntu, was Sie auf einem Laptop installieren. Da können Sie als Administrator hingehen und was machen oder sich per SSH einloggen und etwas tun. Aber Sie haben keine Möglichkeit zu sagen, der soll mit folgender Displayauflösung fahren, folgendes Keyboardlayout verwenden und so weiter und so fort. Ebenfalls mit unseren ThinClient-Services kommt hinzu, dass Sie sich auch an entfernten Systemen anmelden können. Bei ThinClients sehen wir keine Festplatten und laufen dann normalerweise auch im Terminal-Server. Und da gibt es ja eine ganze Reihe. Microsoft bietet Terminal-Server an, die Sie in Unternehmen vorfinden. Citrix, VMware bietet da ebenfalls etwas an. Das sind alles Dinge, zu denen Sie sich dann auch eventuell connecten müssen, weil die ERP-Anwendungen, die Sie im Einsatz haben, nur darauf läuft, zum Beispiel. Was verwenden Sie jetzt aber Ihr? Wir unterstützen alle möglichen Terminal-Server. Das heißt, mit unserem ThinClient sagt der Administrator einfach nur zentral, wer sich hier an diesem ThinClient anmeldet, der wird weitergeleitet auf folgenden Terminal-Server mit seinen Credentials, die er bei der Anmeldung angegeben hat. Das heißt, die Anmeldung ist auch transparent, er loggt sich nur einmal ein und bekommt dann automatisch den jeweiligen Desktop präsentiert. Und wenn ich so jetzt wirklich verzichte auf Windows-Server und ich mache jetzt alles auf Basis, was könnte ich dann Terminal-Server technisch von Euch haben? Wir bieten auch einen Terminal-Server an, der läuft mit KDE und ist entsprechend aber auch in Debian Stable. Aber wie geht das mit NX-Client oder wie verbindet man sich dann? Wir machen im lokalen Netz X-Forwarding, aber wir würden auch NX unterstützen, um dann schmalere, über Strecken bedienen zu können. Wir haben uns deshalb entschlossen, weil diese ganze Hardware-Problematik mit Debian Stable eben nicht richtig in den Griff zu bekommen ist, das Ganze jetzt neu zu machen. Das Ganze läuft jetzt unter dem Namen Univention Corporate Client und basiert auf Ubuntu. Wir werden in diesem Corporate Client unsere beiden Produkte vereinen, das heißt UCD, der eigentlich eher für Laptops und Fat-Clients gedacht ist, als auch TCS, der für Thin-Clients gedacht ist und wir werden das Ganze in einem Paket bereitstellen. Die Basis dabei bilden die jeweiligen Long-Term-Support-Releases von Ubuntu, das heißt, wir werden das auch regelmäßig aktualisieren und Besonderheit ist, dass wir das Ganze als Image ausliefern. Imaging ist ja uralt, gibt es ja auch verschiedene Probleme, unter anderem die Individualisierung. Gerade bei Windows-Systemen haben Sie das Problem, wenn Sie ein Image erstellen, dann glauben alle Windows-Systeme, dass sie die gleichen sind und auch die gleiche SID intern haben, das heißt, wenn Sie einen Domänenbeitritt machen, Problem, die glauben alle, dass sie dieselben sind und versuchen sich dann auch entsprechend zu verhalten, was nicht wirklich klappt und auch, wie kriegen Sie jetzt auf einem Image den tatsächlichen Hostname richtig gesetzt und lauten solche Dinge. Das sind Herausforderungen, die Sie bei einem Image haben, das ist aber genau das, wo unsere Infrastruktur mit dem Univention Corporate-Server zum Einsatz kommt. Er holt ein Stück von Ihrem DS-DHCP-Server aus seiner Daten und dann ist er er oder nicht. Ja, aber Sie wollen trotzdem unterschiedliche Hostnames haben. Ja, der macht ja DS-DHCP-Server, oder? Der PC sagt, ich habe gerade das gleiche Image und der geht zu DS-DHCP-Server, muss man ja so einstellen, dass er vom DS-DHCP-Server sich die Daten anholt. Man muss ihn halt nur so konfigurieren, dass er das über... DS-DHCP kann eigentlich jeder DS-DHCP-Server macht, also was er einträgt. Okay, genau. Also bei uns haben Sie das eben auch alles komplett mit drin, weil wir alle Informationen über die Rechner eben im Verzeichnisdienst speichern und damit so ein Image sehr einfach betanken können. Wobei wahrscheinlich in diesem Image auch immer ein Tool drauf ist, was quasi dann beim Starten sich das abgleicht und holt. Ja, ganz genau. Wie funktioniert die Installation bzw. der Rollout? Das ist ja genau die Frage, wie funktioniert das hier? Die Clients werden imagebasiert ausgerollt. Das kann auch automatisch geschehen über PXE-Boot. Kann man ebenfalls bei uns im Management-System einfach aktivieren, dass der Client neu installiert werden soll. Wir haben dabei zwei bzw. drei separate Partitionen vorgesehen. Eine Partition wo tatsächlich das Betriebssystem liegt, die bei einem erneuten Image-Rollout dann eben komplett überschrieben wird. Dann eine Partition, wo wir bestimmte Konfigurationseinstellungen speichern während dieses Installationsprozesses und dann noch eine dritte Partition, die die Benutzerdaten vorhält. Also konkret bezieht sich das eben auf FAT-Clients, die tatsächlich auch was haben, wo man was installieren kann. Damit bei einem Image-Rollout eben nicht die PowerPoint-Präsentation des Chefs platt gemacht wird, nur weil der Admin denkt, jetzt braucht er doch nochmal vor der Präsentation ein neues Image. Deshalb haben wir hier separate Partitionen vorgesehen, das kann der Administrator auch konfigurieren und dann erfolgt der Wohlort und der Benutzer merkt im Endeffekt gar nicht, dass er ein neues System hat, weil einfach nur das Betriebssystem ausgetauscht wird. Wir bedienen uns auch hier wieder unserem Verzeichnisdienstes, das heißt, alle Konfigurationseinstellungen liegen dann im Verzeichnisdienst und der Client holt sich diese Informationen dann direkt daraus. Auch die Konfiguration der Programme, die installiert sind, erfolgt über den Verzeichnisdienst. Da haben wir eigene Mechanismen mit UCS entwickelt, die die Konfigurationsdateien mit Informationen aus dem Verzeichnisdienst eben befüllen können, transparent. Zum Beispiel verwenden viele Anwendungen ja den Hostname und greifen darauf irgendwie zu, nicht alle lesen das unbedingt aus ETC-Hostname aus. Wir speichern das dann aber jeweils in diesen Konfigurationsdateien, sodass wirklich alle Programme mit der richtigen Konfiguration laufen und sich der Admin darum nicht kümmern muss. Hier einmal grafisch, wie das aussieht. Wir haben den PXE-Boot-Request, der zuerst gestellt wird, wenn der Administrator sagt, bitte das System neu installieren, das bootet, sagt, oh, ich möchte jetzt per PXE etwas tun und das System bekommt dann eben ein minimales Linux ausgeliefert, so eine Rollout-Umgebung, über die dann das Image installiert wird und das System einsatzbereit gemacht wird, individualisiert wird. Ebenfalls wird ein Domänenbeitritt durchgeführt, das ist eben speziell jetzt hier für FAT-Clients und Laptops interessant. Die werden dann nicht laufen neu installiert und die halten auch Benutzerdaten vor. Die sollen aber auch Teil der Domäne sein, das heißt, der Benutzer, der sich hier anmeldet und aufgefordert wird, sein Passwort zu ändern, der soll dann auch tatsächlich seinen Passwort- und Verzeichnungsdienst ändern können. Dafür ist ein Domänenbeitritt, ein Vertrauenskontext notwendig und der wird ebenfalls hier automatisiert bei diesem Rollout bereitgestellt. Der Administrator kann nun weitere Konfigurationseinstellungen auf das System verteilen. Das passiert entweder beim Boot automatisch, das heißt, der Client fragt an, was ist im Verzeichnis zinsförmig gespeichert und fragt es dann aber auch periodisch ab, sodass er dann auch bei der erneuten Benutzeranmeldung die aktuellsten Konfigurationen bekommt für die Programme, die laufen oder beim Neustell eines Programmes. Wir können diese Images einmal per PXE rausrollen, das haben wir uns eben angeguckt. Es ist ebenfalls möglich, das über USB-Sticks oder DVDs zu machen. Wir haben auch die Möglichkeit, dieses System als Read-Only-System zu betreiben. Gerade interessant für Thin-Clients, die Kompakt-Flash-Karten haben, die man jetzt nicht beliebig oft neu schreiben kann, ohne dass man sie dann irgendwann austauschen muss. Das heißt, wir arbeiten dort mit dem Overlay-Filesystem oder dem AU-Filesystem, das über das Betriebssystem drübergelegt wird, sodass alles schreibbar erscheint. Das heißt, auch alle Konfigurationsdateien erscheinen schreibbar und die Anwendungen können damit ganz normal interagieren. Beim nächsten Boot ist aber alles wieder so, wie es vorher war. Das spart eben deutlich Schreibvorgänge. Die Images, die wir ausrollen, werden per BitTorrent verteilt. Warum BitTorrent? Wir haben bei einem Boot von vielen Thin-Clients oder Neuinstallationen von vielen Thin-Clients oder Rechnern natürlich das Problem, dass sie das Netzwerk massiv belasten. Und um das in den Griff zu bekommen, haben wir uns entschlossen, hier auf dieses BitTorrent-Protokoll zu gehen, was eben gerade die Kommunikation zwischen den Clients ermöglicht. Das heißt, das gesamte Image muss im Endeffekt nur einmal vom Server geladen werden und verteilt sich dann weiter auf alle anderen Systeme. Wenn das günstig liegt, endet auch der Traffic am Switch. Das heißt, ich belaste gar nicht das gesamte Netzwerk. Außerdem sind diese Images, die wir verteilen, versioniert. Das heißt, der Administrator kann auch jederzeit nachgucken, welches Image ist denn ausgerollt, beziehungsweise gibt es irgendwo noch Clients, die ein altes Image haben. Wie werden die Images erstellt? Wir liefern dazu ein eigenes Image-Toolkit aus. Darin wird einmal festgelegt, welche Programme denn installiert werden und wie die Partitionierung aussieht. Wir als Unimension pflegen zwei Images, einmal einzelnen Thin-Client mit der LXDE-Umgebung, also möglichst spartanisch ausgelegt und ein zweites, was dann für Pad-Clients, beziehungsweise Laptops ausgelegt wird und auf Kubuntu basiert. Für diese beiden Images stellen wir WAC-Fixes, Security, Updates und Support zur Verfügung. Und wir haben das Ganze natürlich auch ein bisschen angepasst, sodass man da auch sofort sehen kann, dass es sich da um ein separates System handelt und nicht um Standard-Kubuntu, was dort war. Ganz kurz, sagen die, der Auswahl der Programme ist sozusagen ja frei, das heißt, er kann nicht auch einen anderen Desktop wählen, den ich in das Image einspiele. Im Umkehrschluss, aber mit dem zweiten Punkt bedeutet das aber, dass ich da nicht mehr von Ihnen umfänglich supportet werde. Ja, also mal eben einen anderen Desktop wählen ist so eine Sache. Also gerade zum Beispiel bei Thin-Clients ist es so, dass dort ja auch bestimmte Informationen übertragen werden müssen und das lässt sich einfach nicht für alles supporten, was da kommt. Auch wenn Sie einen anderen Login-Manager wählen, ist das nicht ohne weiteres möglich, da wir eben auch Passwort-Policies haben, die dann zum Beispiel von den Login-Managern nicht ausgewertet werden. Das heißt, der Benutzer wird aufgefordert, sein Passwort zu ändern, der Login-Manager kriegt es aber nicht hin. Naja, ungünstig. Und dafür können wir natürlich keinen Support übernehmen. Aber wenn Sie jetzt zusätzlich noch Open Office installieren wollen oder so etwas in der Art, dann können Sie das ganz einfach machen. Ja, die Integration ins Management-System, darüber haben wir, glaube ich, schon ausführlich gesprochen. Die Benutzerkonten, die Sie im Management-System pflegen, sind natürlich auch auf diesen Clients gültig, die ausgerollt werden. Ebenfalls haben wir diese gesamte Netzwerkkonfiguration für die Clients, die Sie ebenfalls im Management-System hinterlegen. Es lassen sich dann eben umfangreiche Einstellungen bezüglich des Displays und der von X-Org treffen, dass die Anwender im Endeffekt damit nicht mehr in Berührung kommen müssen. Terminal Services habe ich auch ja jetzt schon kurz angesprochen. Dort gibt es eben Richtlinien, über die der Administrator festlegen kann, an welchem Terminal Server sich die Clients anmelden. Ebenfalls kommt hinzu, dass der Administrator eben Autostart-Skripte hinterlegen kann, zum Beispiel, um dann irgendwelche Dinge zu automatisieren, Links auf dem Desktop anzulegen und so weiter und so fort. Bei den Terminal Services unterstützen wir Sound. Das heißt, auch wenn man ein Flash-Video startet, dann hört man was und sieht nicht nur was. Lokale USB-Medien können ebenfalls angeschlossen werden und Drucker ebenfalls. Also Sound heißt jetzt? Vom Terminal Server zum Thin Client. Allgemeine Frage. Man hat irgendwie so ein Soundsystem neben dem Beamer irgendwie so angebaut irgendwie im Netzwerk. Wäre sowas möglich, dass man dann sagt, hier zu dem Beamer gehört da jetzt irgendwie diese Soundkarte, weil an diesem Rechner, der jetzt hier für den Raum den Sound zur Verfügung stellt und jemand steckt da sein VPA-Kabel ran oder müsste man das dann mit HDMI oder irgendwie? Wenn Sie jetzt einen Thin Client hier hinstellen, das an die Soundanlage anschließen, dann arbeitet der Thin Client auf dem Terminal Server. Sie sehen das Bild aber hier und wenn Sie ein Flash-Video abspielen, geht der Sound auch hier in die Soundanlage. Ich meine so ein Sound Server sozusagen, so ein Einzelrechner, der nur Sound entgegen nimmt, weil er sich jetzt um die Töne in irgendeinem Raum kümmert oder in mehreren Räumen. Ist das was vor sich oder gibt es sowas überhaupt? Also das Anwendungsszenario ist glaube ich sehr speziell. Wenn man einen großen Raum hat, also in den Vorlesungszahlen zum Beispiel ist halt da so ein Windows-Problem. Also da gibt es halt viele Tools, die das für Windows machen, dass man halt, muss da bei uns in einer Teamwoche Windows eingesetzt werden, weil die kommen halt rein. Und dieser Beamer ist komplett getrennt von dem Soundsystem in dem Hörsaal. Und da steht dann irgendein Windows-Rechner mit irgendeinem merkwürdigen Tool, was das ganz toll machen soll irgendwie. Und dann kann er das halt da ranpacken. Das ist halt ein Problem bei so größeren Räumen. Ja, also genau das machen wir ja eigentlich. Also der Sound ist ja eigentlich auf dem Terminal-Server, wo wir das Video starten und dann muss dieser Sound irgendwie zum Thin-Client kommen. Und dafür verwenden wir eben auch eigentlich ganz normale X-Mechanismen, um dort diesen Sound weiterzuleiten beziehungsweise KDE-Mechanismen. Und da gibt es diesen Sound-Demon, der läuft auf dem Server und der läuft lokal und dann wird darüber die Kommunikation gemacht. Vielen Dank. Gibt es von Ihrer Seite Fragen? Wir haben geschrieben, dass die Client, nachdem sie installiert wurden, in die Domäne joinen. Machen Sie das mit vollständig selbstgeschriebenen Dingen oder benutzen Sie da so etwas wie Centrify, Likewise, Likewise Open oder so etwas? Also das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, das sagt mir so nichts. Wir haben ein eigenes Domänenkonzept entwickelt, was sich recht stark an dem orientiert, was Microsoft macht, also Zertifikate und gesicherte Verbindungen zum Austausch. Wir setzen auf Standardmechanismen wie Kerberos und LDAP zur Authentifizierung von Benutzern und sorgen im Endeffekt bei so einem Domänenbad dafür, dass die Konfiguration des Linux-Systems richtig ist. Also gibt es einen Grund dafür, dass Sie nicht Open Source dafür finden, für etwas versorgen, wie es nochmal ein Leitproben? Also wir haben mit dieser Domäne erst 2002 angefangen. Wie gesagt, ich kenne die Tools nicht, die Sie da jetzt genannt haben, aber im Endeffekt ist unser System ebenfalls Open Source und seit zehn Jahren eben erfolgreich implementiert. Können wir diesen Teil nutzen, wenn es Open Source ist, dann werden wir es ja bekommen. Ja, genau. Also die Herausforderung ist an der Stelle, dass Sie ein Serversystem brauchen, wo all diese Dienste, die wir verwenden, ordentlich integriert drauflaufen. Das heißt, Sie brauchen ein Kerberos, was vernünftig mit dem LDAP kommuniziert, was vernünftig mit dem Samba kommuniziert, was vernünftig mit DNS kommuniziert und das alleine einzurichten, ist sehr viel Arbeit und da gibt es meistens auch keine Linux-Distribution, die das out of the box mitbringt. Wenn der Domain-Controller in der Firma ein richtiger Windows-Domain-Controller wäre, dann könnten Sie mit dem nicht joinen, weil Sie dann Services nicht haben. Also Windows-Client nicht da rein joinen mit Ihrem Script sozusagen. Ja, also ein Linux-Client in eine Windows-Umgebung zu joinen ist ja möglich. Da verwendet man Samba. Das ist das Tool der Wahl an der Stelle. Da kann man sich anmelden und bekommt Zugriff auf die Benutzerkonten aus der Windows-Domäne. Mehr ist dazu, glaube ich, nicht zu sagen. Also Windows ist eben tatsächlich eine Plattform, wo es diese ganze Infrastruktur gibt und definiert gibt. Und da gibt es auf der Linux-Seite ein Gegenstück, wo man einfach sagen kann, da docke ich mich an. Auf der Linux-Seite gibt es wiederum nicht diese Infrastruktur als standardisierte Lösung. Wir haben mit UCS da eine standardisierte Lösung entwickelt, die aber eben speziell ist für unsere Infrastruktur. Ich habe noch eine kurze Frage. Ja. Ihr habt schon mal AFS, also das Entryfile-System, mit Ihrem UCS verwendet. Also ist das integrierbar, dass man da halt die Home-Verzeichnisse auch drin haben kann? Ja, das verwenden Kunden, aber es ist eine Spezialkonfiguration. Also das integrieren wir nicht. Bei der Camerbos haben Sie ja schon drin. Und dann ist sozusagen, ja, und LDAP wäre auch. Also sozusagen, da ist eigentlich alles drin. Ja. Okay. Ich habe auch noch eine Frage. Ja. Das ist quasi so für den normalen User. Wenn ich jetzt zum Teil Admin bin und sage, ich möchte aber nicht den abgespeckten Client haben, ich möchte zwar quasi meine Domain-Funktionärin haben, aber ich möchte über meinen eigenen Rechnern, zu den Ressourcen verbinden. Ist da irgendwo ein Problem anzusenden? Nein. Also da würden Sie im Endeffekt genau das machen, was ich jetzt hier auch gemacht habe. Sie würden nämlich unserer Anleitung folgen, die wir im Wiki haben, wie man ein beliebiges Linux-System in die UCS-Domäne reinjoint. Da sind bestimmte Pakete zu installieren, damit die Authentifizierung nicht mehr gegen den lokalen Pump-Stack erfolgt, sondern die Informationen aus dem LDAP geholt werden. Und dann können Sie ein beliebiges Linux nehmen. Und wenn ich dann aber das mit dem Notebook nach Hause gehe, was passiert dann? Auch das geht. Also da ist es so, dass dann Caching verwendet wird. Das bieten diese Tools auch. Das heißt, da werden dann Benutzer Daten lokal gespeichert. Wenn ich mich anmelde, wird das Passwort zwischengespeichert beziehungsweise der Hash zwischengespeichert und das System kann mich dann authentifizieren. Und wenn ich dann das synchronisiert? Genau, das wird dann synchronisiert. Das heißt, ich melde mich dann in der Domäne wieder an. Also es gibt da natürlich einen Gap. Also im Endeffekt funktioniert es so ähnlich wie bei Windows. Sie join ein Windows-System in die Domäne, melden sich an, gehen irgendwo komplett anders hin, können sich trotzdem noch an der Domäne anmelden, weil Windows die Benutzerdaten lokal gecached hat. Wenn Sie jetzt aber natürlich zentral eine Passwortänderung mitmachen, dann kriegt es der Client erst mit, wenn Sie wieder am Netzwerk sind. Also das sind wirklich starren Linux-Mechanismen, auf die wir hier setzen. Dass es jetzt nicht so viel eigengekocht ist, weil das uns im Endeffekt auch auf die Füße fallen würde, wenn wir da alles selber entwickeln, dann hat man das Problem, dass die Entwicklungskosten einfach sehr hoch sind. Das war jetzt Kerberos wahrscheinlich, dass das Passwort in der Meinung gibt, dass wir schon ein Ticket holen und dann... Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das tatsächlich hier schon Kerberos ist, was da zum Einsatz kommt. Aber ja, also... Was sich angemeldet hat jetzt einfach als Benutzer und kann dann auf die Zugriffe im Netzwerk zugreifen, dann muss ja irgendwie gemacht werden. Genau, also welcher Mechanismus da jetzt genau eingesetzt wird, das kann ich jetzt so nicht sagen. Aber genau für sowas wird eben auch Kerberos verwendet, ja. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank.